Das Brot Die Deutschen verbrauchen nicht nur Bier und Würstchen gern, sie haben auch Brot gern. Es gibt in Deutschland über 600 Brotsorten und eine Menge Arten von Kleingebäck. Diese große Beliebtheit des Brotes hat ihre Gründe. Brot ist unser Grundnahrungsmittel. Brot enthält viele nützliche Nährstoffe und die Menschen brauchen sie für ihre Gesundheit. Das sind Eiweißstoff, Kohlenhydrate, Vitamine und verschiedene Mineralverbindungen. Besonders gesund ist Brot aus grob gemahlenem Getreide mit speziellen Zutaten. Sonnenblumenkern, Kürbiskern, Kleien, Flocken. Einige Menschen essen gern Weißbrot, andere ziehen Schwarzbrot vor. Was man bevorzugt, hängt vor allem vom Geschmack und Gewohnheiten ab. Aber ohne Brot kann man sich keine Mahlzeit vorstellen. Für viele Völker ist Brot die Quelle des Lebens, das Symbol der Arbeit und Gastfreundschaft. Davon zeugen zahlreiche Redensarten, die man in jeder Sprache finden kann. In den Sprichwörtern widerspiegeln sich aufs Beste die Liebe und die Verehrung des Brotes, seine Bedeutung im Leben einer Familie oder jedes einzelnen Menschen. Erstens, Salz und Brot macht Wangenrot. Zweitens, ohne Brot ist schlimm gastieren. Drittens, eigenes Brot nährt am besten. Viertens, Arbeit macht aus Steinen Brot. Fünftens, anderer Leute Brot isst den Kindern Kuchen. Sechstens, wer nicht mahlt, kriegt kein Brot. Siebtens, Arbeit bringt Brot, Faulheit bringt Not. Словáe выражение Verbrauchen Pотреблять Eine Menge Arten von Kleingabäck Mnogo видов небольших хлебобullochных изделий Große Beliebtheit Balschaya Populärnost Unser Grundnahrungsmittel Nahrungsmittel Наш основной продукт питания Das hängt vom Geschmack und Gewohnheiten ab. Это зависит от вкуса и привычек. Die Quelle des Lebens Istochnik жизни Zahlreiche Redensarten Mnogoчисленные выражения Verehrung Уважение Соедините немецкие пословицы из текста Salz und Brot macht wangen Rot Хлеб да вода Здоровая еда Eigenes Brot nährt am besten Свой хлеб слаще Ohne Brot ist schlimm gastieren Ne krasna izba uglame A krasna piragame Arbeit macht aus steinen Brot Räbota делает Is kamney хлеб Andra Leute Brot ist den kindern kuchen Wer nicht malt, kriegt kein Brot Wer nicht malt, kriegt kein Brot Wer nicht malt, kriegt kein Brot Кто не работает, тот не еst Arbeit bringt Brot Faulheit bringt Nut Труд Труд человека кормит Олень портит Спряжение возвратных глаголов Возвратные глаголы употребляются с возвратным местоимением Sich Употребляющимся только в третьем лице единственного и множественного числа Формы первого и второго лица возвратного местоимения совпадают с соответствующими формами личного местоимения Sich erholen Ich Erhole mich Du Erholst dich Er, sie, es Erholt sich Wir Erholen uns Ihr Erholt euch Sie, sie Sie Erholen sich Прочитайте диалог Подчеркните в нем возвратные глаголы Jeden Morgen geht ein Mann in die Bäckerei Ваш муж каждое утро ходит в булочную Er kauft frisches Brot und frische Brötchen Он покупает свежий хлеб и свежие булочки Ich denke, er kann sich sein Leben ohne Brot nicht vorstellen Мне кажется, он не представляет своей жизни без хлеба Das stimmt Mein Mann erinnert sich oft an seine Kindheit Seine Familie war arm und hatte oft nur Schwarzbrot zum Essen Während der Pause ruht sich mein Mann aus, trinkt Kaffee und ist Brötchen Ich kenne viele Sprichwörter über das Brot In diesen Sprichwörtern widerspiegelt sich die Bedeutung des Brotes in unserem Leben Diese пословицы отражают важность хлеба в нашей жизни Leider überlegen sich unsere Kinder nicht lange und werfen nicht frisches Brot weg K сожалению, наши дети не задумываются и не выбрасывают свежий хлеб Reduciрованный звук E При произношении редуцированного звука E Rot едва открыт, губы не напряжены, средняя часть спинки языка поднята Кончик языка касается передних нижних зубов Мягкое небо поднято В безударных приставках B, G Gebäude, bekommen, gefallen, besuchen В конце слова и безударных немецких суффиксах Sportler, tasse, mädchen, ende В окончаниях N, L Lesen, haben, machen, sagen, fahren Фонетическое упражнение Ich hoffe, sie wird sich bald machen lassen Wir besteigen einige berge Wir bet Hurlen, werden Sie besuchen das Geburtshaus des bekannten Schriftstellers Wir besuchen das Geburtshaus des bekannten Schriftstellers Você besucht das Geburtshaus des bekannten Schriftstellers Er bekommt einen Apfelkuchen Ich hole die Bestecke und dann schneide Brot. Bald beginnen wir dieses Gebäude zu bauen. Wer ist zu Besuch gekommen? Spielen die Kinder auf der Straße? Däte играют na uliße. Quiz, wissen Sie das? Viktoria, знаете ли вы это? Die Hauptstadt Deutschlands ist Berlin. Stolizia Germania, Berlin. In Deutschland liegen die Alpen. Alpen находится w Germanii. Ein Tupf ist eine Speise. Tuschöne мясe, это bлюдo. Am 24. Dezember feiert man in Deutschland Weihnachten. Röstestwo w Germanii atmechaut 24. Dekabria. Brüder Grimm haben Märchen gesammelt. Bratii Grimm собирali Skaske. Bratii Grimm. Bratii Grimm. Bratii Grimm. Bratii Grimm.